So Leute, herzlich willkommen bei einem weiteren Video von Kim Performance. Kurzes, knappes Video. Wir haben hier einen 440i Grand Coupé F36 mit B58 Motor. Der hat einen M-Performance Endschalldämpfer, nicht die komplette Anlage, sondern nur den Endschalldämpfer, wo die Klappe hier fehlt. Und der hat sich jetzt schon sehr gut angehört. Wir haben hier auch einen M-Performance Diffuser, sehe ich gerade. Und ja, der hat sich schon Serie gut angehört. Hat jetzt gerade hier von uns die Akrapovic Downpipe verbaut bekommen. Und hier ist der Serien-Cut. Und die Akrapovic Downpipe ist drin für Fahrzeuge ohne OPF mit 300 Zellen-Cut. Bei der HJS Downpipe nimmt man die Dichtung. Bei der Akrapovic Downpipe braucht man überhaupt keine Dichtung, weil der Flansch ist da so genau. Und der Flansch hier oben quasi, dieses Stück, ich kann die nicht anfassen, die ist noch heiß, ist deutlich hochwertiger verbaut. Und deswegen braucht man da die Serien-Dichtung gar nicht zu übernehmen. Ich gucke mal, ob ich da ein bisschen reinleuchten kann. So. Ja, wir bauen jetzt alles zusammen. Dann gibt es eine Probefahrt und dann nochmal einen schönen Soundcheck. So. Ja, ich gucke mal. So. Ja, ich gucke mal. Das haben wir jetzt erfolgreich absolviert. Alles gut, alles im grünen Bereich. Jetzt können wir noch einen Soundcheck machen. Hier ist nochmal der Insta-Account. Kurz zusammen. Ja, ich gucke mal. Jetzt kann ich auch nicht alles machen. Dann votre información ist super, ich brauche das aí. so kurzes knappes video akapovic ec downpipe mit 300 zellen sport hat 440i ohne opf m performance endschalldämpfer ohne klappe stock software und ja das war's